Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallihallo und willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe der Movie Cannibals. Natürlich wieder mit 99 Cent Hill und unserem Film Messi Neuling Werner. Heute steht alles auf Testosteron und Action und ja, ich bin der Sven, falls ihr es vergessen haben solltet. Ja, wo reisen wir heute überall hin? Vietnam, USA, Spanien. Es ist wieder ein kunterbunter Mischmasch in unserem Kessel. Seid ihr bereit? Seid ihr heiß? Ich könnte nie heißer sein. Ja, bei manchen Filmen ja, bei manchen Filmen nein. Ja, das stimmt. Werner brennt, Werner brennt auch wieder vor Begeisterung. Gut, fangen wir aber erstmal mit Last Watch an. Was habt ihr euch so nennenswertes die letzte Zeit noch angeguckt? Da muss ich erstmal mein Diary nachfragen. Ich habe irgendwie viel geguckt. Also ich habe die Woche eine überschaubare Liste. Also ich habe die Dune 1 nochmal angeschaut als Vorbereitung für den zweiten Teil und habe dabei gestern auch den Oscar-Preisträger von Dune und Blade Runner getroffen, Gerd Nefzer, der für die Effekte ausgezeichnet wurde. Also es hat perfekt gepasst. Und dann lief diese Woche noch Dream-Szenario von Nicolas Cage in der Sneak-Preview als Überraschungsfilm. Und ja, Dune, Science-Fiction-Meisterwerk, braucht man gar nicht drüber reden. Dream-Szenario fand ich auch sehr interessant und gut gemacht. Und als Nicolas Cage-Fan, ja, ist so ein crazy Film genau das, was er liebt und lebt. Ich habe gestern die letzte, wie heißt das, Überfahrt der Demeter, die letzte Fahrt der Demeter, also Last Voyage of the Demeter, guck, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich fand ihn auch gut. Ja, also die Effekte waren handgemacht und saftig. Also die Wunden vor allem. Das war ganz cool. Hat mir Spaß gemacht. Und ansonsten habe ich, ja, abgesehen von unseren Filmen, die wir jetzt besprechen, habe ich noch The Marvels mal nachgeholt, weil ich ja für Marvel nicht mehr ins Kino gehe. Wie fandest du den denn? Er war auch überraschend gut dafür, dass der so gehatet wurde und vor allem die Kinos so leer geblieben sind. Aber es ist halt die Marvel-Müdigkeit irgendwie, ne? Und dann habe ich noch einen ganz interessanten Film gesehen, der heißt Primer. Den habe ich, weil man kann ja, ich konnte jetzt drei Monate lang, habe ich jetzt Mubi für nur einen Euro. Und da dachte ich mir, ey, das ist günstiger, kommst du nicht weg, das kann sich lohnen. Und dann habe ich Primer geguckt. Das ist ein Film von 2004 über ein paar Garagen-Wissenschaftler, die eine Maschine bauen, mit der irgendwie Zeitreisen möglich sind. Und der ist einfach unfassbar kompliziert. Er ist gut, aber er ist unfassbar kompliziert. Er geht aber auch nur 77 Minuten, aber ist irgendwie eine kleine Empfehlung. Den würde ich tatsächlich jedem mal, fast jedem mal ins Herz legen. Und ansonsten gab es gar nichts groß. Also ich habe viel geguckt, aber jetzt nichts, wo man sagt, oh, das ist ein super Geheimtipp, weil es war irgendwie Herr der Ringe dabei. Und Leon der Profi, das ist halt nichts, was man irgendwie noch empfehlen muss. Weil Leon der Profi und Herr der Ringe ist halt irgendwie Pflichtprogramm. Ja, irgendwie schon, das stimmt. Das stimmt. Ich habe mir tatsächlich, habe ich einen kleinen Seagal-Rewatch gemacht von 88 bis 2001. Alles, was man sich da noch angucken konnte von ihm. Und ich habe immer noch meinen Spaß gehabt. Ist natürlich traurig, so im Endeffekt, was draus geworden ist. Aber okay, gut. Hat sich einfach selbst versaut. Was ich auch noch, ja, also ist einfach, die Arroganz, das aufgeblasene Ego, was mir so in den 80er, 90er noch wirklich Spaß gemacht hat. Das kannst du jetzt halt überhaupt nicht mehr irgendwie ernst nehmen oder da noch sagen, okay, ich toleriere das, weil bei dem ist echt, das sind eher Hopfen und Malz verloren. Was ich mir noch angeguckt habe, und das habe ich auch schon mehrfach gesehen, ist In the Search of Darkness. Das ist eine vierteilige Doku über die Entstehung der, oder die Entwicklung der Horrorfilme in den 80ern bis 90ern. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der was da damit anfangen kann. Sehr explizit, sehr harte Szenen. Und viele Regisseure von auch Verhoeven bis Carpenter, da ist alles dabei. Kane Hodder, Savini und, und, und. Wirklich eine super Doku, macht mega viel Spaß, sehr informativ und ja, absolut zu empfehlen. Ja, den wollte ich auch immer noch mal gucken. Die gibt es momentan, auch wenn es so ein bisschen Werbung ist, momentan auf Sky wieder on demand. Und da haben sie auch noch, es gibt ja auch noch In the Search for the Last Action Hero, den gibt es als Blu-ray. Der ist auch ganz gut. Und es gibt, die habe ich noch nicht gesehen, auch noch eine, wo es sich um Science Fiction dreht. Ach, wie heißen die? In the Search of, ach shit, ich habe es jetzt nicht gemerkt, aber ich habe es auf jeden Fall auf der Festplatte drauf. Die lief da nämlich auch. Die muss ich mir noch angucken. Aber das ist, Search of Darkness, ist echt was Feines. In the Search of Darkness, aber ist das nur über Sky oder auch über Wow? Die läuft auf, also gibt es on demand auf Sky Documentary, glaube ich. Ah, okay, ja, das habe ich nicht. Alles klar, okay. Und die gibt es immer im, die ist nur ab und zu drin, ab und zu drin und dann wieder draußen. Ich habe es nochmal geguckt, weil bei meiner Aufnahme fehlen tatsächlich, fehlt tatsächlich was. Irgendwie, die waren nicht ganz vollständig. Da wollte ich mir sie nochmal komplett runterladen, aber leider, also auf die Festplatte, aber leider haben sie sie nur on demand und da kann ich sie nicht ziehen. Hm, gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Na, wir haben ja viel, ne? Ja, es ist viel, viel zu sprechen. Vielleicht Knaller. Okay, dann bevor wir beginnen, natürlich erstmal vielen, vielen Dank für die Screener und eine allgemeine Frage. Habt ihr besondere Martial-Art-Skills oder andere tödliche Eigenschaften? Also, ich habe eine Zeit lang Kickboxen gelernt, hatte da das als Ausgleich für das Büroleben und habe dort zwar niemanden verprügelt, aber zumindest ein bisschen geprügelt. Oha, okay, dann treffen wir uns irgendwie um Mitternacht irgendwo und gucken mal, wer hier noch was drauf hat. Auf dem Parkplatz, ganz klassisch. Nein, ich habe zehn Jahre lang Capoeira gemacht, falls das einer von euch kennt. Ja, nein, vielleicht? Nein. Ja, doch, klar. Ja, okay. Das ist eine brasilianische Kampfkunst und anders gefragt, Werner, kennst du Tekken 3, Eddie? Ja, klar, Pro, Legende. Der macht Capoeira. Ach so, okay. Genau, und hast du, oh Gott, welcher ist das? Ist das Revenge of the Warrior? Ich glaube, Revenge of the Warrior, da ist dieser große, dunkelhäutige Typ, wo leicht Wasser auf dem Boden ist und die kämpfen, das ist halt. Ich möchte nicht sagen, dass mein Körper so aussah oder dass ich das konnte, aber es hat halt sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber es im Martial-Arts-Bereich, ja, haut das nicht so rein, das ist nicht die Richtung, die man dann, oder die ich mir auch als jemand, der wirklich das zehn Jahre lang auch sehr, sehr gerne leidenschaftlich gemacht hat, das ist nichts, was ich mir im Fernsehen oder im Film dann gerne angucke, weil das passt nicht so ganz. Da bleibe ich lieber bei den Asiatischen. Wobei es gibt ja diesen Only the Strong mit Marc Dacascos, da machen sie Capoeira. Ja, ja, klar, gibt's immer mal, gibt's immer mal wieder und das ist auch cool, aber die Art, wie gekämpft wird, ist nicht etwas, dass man sich über einen Film, ähm, was einen Film trägt, das, das meine ich. Ja, hm, naja, bei mir ist es der tödliche Nacho-Käse-Deep-Fock, der alle Lebewesen vertreibt und Tiere in die Flucht schlägt, sowie auch die Energie aus den Menschen saugt, wenn sie in den Nebel treten. Das reicht absolut. Ich würde auch sagen, das ist, das ist schon schlimm genug, also da nehmen alle Reis aus. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mit dem ersten Film an und das wäre One More Shot. Und, ja, an Daten, geht 102 Minuten, hat ein FSK 16, erscheint am 8.2. Regie, führte James Nunn, der auch schon den ersten Teil gemacht hat. One Shot, Hooligans, 3, Marine, 5 und 6 und, 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 Darstellerriege, Scott Adkins, Tom Barringer, Michael J. White, etwa für drei Minuten und andere. Gut, Werner, worum geht's? Ja, in One More Shot geht es um einen bevorstehenden Terroranschlag und da haben Terroristen einen ganzen Flughafen eingenommen, haben eine Geisel, teilweise auch mehr als nur eine. Und dann kommt da der ehemalige Navy Seal Jake Harris aus dem ersten Teil und muss da ein bisschen für Ordnung sorgen, aufräumen und dabei merkt er dann, dass mehr dahinter steckt und man nicht allen trauen kann. Und so nimmt dieser Action-Thriller seinen Lauf. Vielen Dank. So, seid ihr Adkins-Fans oder auch White-Fans? Absolut. Adkins, definitiv. Der war letztes Jahr tatsächlich, ähm, bei Letterboxd kann man ja immer so gucken, die meistgeguckten Schauspieler und so, da war ja mein Platz 1, 2023. Und Michael J. White, ähm, nö. Also, nicht, dass ich was gegen ihn habe, aber es ist nicht so, ähm, dass ich sage, ja, alles, was er, was er macht, gucke ich mir an. Und das versuche ich bei Adkins zu schaffen. Ich habe noch ein bisschen was nachzuholen. Ähm, der geht halt teilweise sehr, sehr, sehr in die Trash-Richtung. Nicht nur B-Movie, sondern richtig Kackfilme auch dabei. Aber der Typ ist einfach grundsympathisch, hat, ähm, einen Körper, ähm, hui, hui, hui. Also, da, ähm, der muss sich nicht verstecken, was seine Kampf-Skills angeht. Unfassbarer Typ. Ähm, ich hätte den wirklich gerne. Ich würde ihm wünschen, dass er irgendwann mal es schafft, nicht einfach bei Dr. Strange so der eine Typ zu sein, der hinten links steht, sondern, dass er da mal richtig was reißt. Weil auch Triple Threat war zwar cool, aber auch nicht so als Nonplusultra. Ja, aber er ist super. Ja, also, unterschreibe ich eins zu eins genauso, was, äh, Michael J. White betrifft. Da hatte ich jetzt nicht so den großen Bezug zu ihm in der Vergangenheit. Aber Scott Atkins bin ich auch ein Fan. Also, ich mag seine Art, ich mag seine Leistung, seine Präsenz. Und ich finde, er hat halt eben alles, was man heutzutage von einem Action-Star erwarten kann. Und ich hoffe, dass gerade jetzt, äh, One Shot und One More Shot ihn da ein bisschen so mehr in den Fokus rücken. Denn ich finde, er verdient ein größeres Action-Franchise, in dem er ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht. Ja, allerdings. Ich hatte es eigentlich schon mit Expendables 2 gehofft, aber leider ist es ausgeblieben. Ich habe auch mal gelesen im Interview, er würde sich wohl in dem, also in der Riege, wo er sich, wo er ist, würde er sich wohlfühlen. Der hat aber halt auch ein paar echt Scheiß-Filme zwischendrin. Das muss man einfach sagen. Da denke ich mal, sag mal, Kerle, okay, viel drehen ist in Ordnung, aber wir können so ein bisschen auf die Qualität achten. Ich finde auch, die Undisputed-Reihe ist somit das Beste, was an Kampfsport so in letzter Zeit rauskam. Da zeigt er ja wirklich sein Können und Wahnsinn. Und ich finde auch, also der, die Stahelskis sollten sich den mal schnappen und mit dem mal was aufziehen. Also das wäre ein Publikumsmagnet, gerade für die Fans und auch der Rest. Der hat so eine abartige Physis und kann Sachen, da schlackerst du echt mit den Ohren. Also da finde ich auch, dem gebührt einfach eine größere Bühne auf jeden Fall. Und der könnte das auch tragen. Wie man hier ja sieht. Ja, auf jeden Fall. Ja, also zum Beispiel, ich finde es in Avangement, da sieht man auch, dass er, ich meine, den Bad Guy kann er immer mega gut darstellen. Aber da dachte ich noch, hey, der kann tatsächlich auch was. Also er wird schon oft, finde ich, unterschätzt. Jetzt kein Oscar-Kandidat, aber. Nein, er könnte was. Ja, ja. Avengement, ja, der ist natürlich auch sehr geil. Und jetzt auch John Wick 4, da hat er einfach diesen völlig durchknallten, fetten, Goldzahn-Untergrund-Typen so geil gespielt. Das, das braucht ja nicht, das braucht ja nicht viel. Weil hier Keanu Reeves ist ja auch kein Überschauspieler. Das war ja bei Matrix nicht. Das war ja bei Point Break nicht. Das ist ja jetzt nicht mit als John Wick. So immer, wenn es irgendwie traurig wird oder emotional, das kann man bei John Wick auch mal kurz aufs Klo gehen. Das ist halt so. Aber drumherum wird halt richtig rasiert. Und das reicht eigentlich. Gut, dann kommen wir schon mal wieder aufs Hauptthema zurück, würde ich sagen. Also, ah, bei Michael J. White, ja, ist es auch. Also ich mag seinen Blood and Bones sehr gerne. Da sieht man auch, was er kann. Und der hat auch so zwischendrin ein paar gute Filme, aber halt auch ziemlich viel Murks. Und das ist auch schade, weil ich mag den. Ich seh den ganz gern. Der war doch Spawn, oder? Ja. Ja, 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 genau. Lassen wir dieses Thema. Ja, ja, ja. Zurück zum Film. Ich wollte nur kurz Bestätigung haben. So, ihr habt den ersten bestimmt gesehen. Ja, ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin so in diesen Teil rein. Okay. Hab mich aber trotzdem wohl gefühlt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie was nicht kapiert habe oder irgendwo nicht mitgekommen bin. Sondern man hat auch so einen guten Einstieg und kann die Action verfolgen, die Geschichte verfolgen. Also der Film, um es vorwegzunehmen, macht auch als Quereinsteiger eine Menge Spaß. Gut, dann fange ich mal mit Till an. Und wie viel Lust hattest du auf den zweiten? Sehr viel Lust. Ich hab den ersten. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Und irgendwann ploppte er halt so auf und es wurde drüber gesprochen. Und ich hab ihn geguckt und fand den... Ich bin eh ein Fan von One-Shot-Filmen. Das ist ja... Die meisten werden es ja wissen. Das heißt einfach, dass ein Film an einem Stück gedreht ist oder zumindest so aussieht, als wäre er an einem Stück gedreht. Jetzt so wie 1917, der ja auch sehr, sehr, sehr viele Schnitte hat, aber auch aussieht, als wäre... Wären da keine. Und das ist natürlich bei Action einfach immer richtig cool. Und das Ganze gepaart mit dem Scott Adkins hatte ich einfach richtig Bock. Und hab ihn einfach angeschmissen und war wahrscheinlich 90 Minuten, ich hab's nicht im Kopf, sehr, 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 sehr zufrieden. Sehr, sehr angetan. Vor allem, weil man auch nicht so richtig die Schnitte sieht. Es ist oft so, dass man es erahnen kann. Aber bei One-Shot fiel mir das sehr schwer. Eigentlich hab ich so ein ganz gutes Auge dafür. Und die Action hat gepasst. Schauspiel war ausreichend. Geschichte ist... Ja, im Endeffekt ist es ja meistens egal. Aber auch das war ganz cool auf so einem... Was war denn das? So einem Stützpunkt mit Gefängnis? Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Wo natürlich dann irgendwelche Milizen kamen und dann ging die Sache rund. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Also mich hat der Erste auch überrascht. Und ich hab auch versucht zu gucken, wo sind denn die Schnitte versteckt? Als sie den Zweiten angekündigt haben und er so Bilder gezeigt hat, dachte ich, oh, das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn sie auch die Location ein bisschen aufpeppen. Und was mir so am Zweiten, gleich am Anfang aufgefallen ist, der ist schon ein bisschen besser gedreht und da war auch ein bisschen mehr Budget drin. Und die Erste Schießerei zieht sich ja schon so, bis sie dann wirklich ins Terminal vom Flughafen reingehen. Und da hatte ich schon echt meinen Spaß dran. Also die Shootouts waren gut, die waren hart. Du hast Blut gesehen. Ist zwar CGI, aber das hat mich jetzt auch nicht so wirklich gestört. Oder war das ein Punkt von euch, wo ihr gesagt habt, oh nee, ich spiele eigentlich lieber Bloodpacks? Also ich fand das richtig gut inszeniert, wie du sagst. Und die Action, die kracht halt eben. Also die hat echt mehr Spaß gemacht, als ich es gedacht hätte. Ich habe ja den ersten Teil, wie gesagt, nicht gesehen und dachte, ja gut, one more shot, gibst du ihn dir halt mal. Das ist halt eben wahrscheinlich so ein typischer Direct-to-DVD-Actioner. Aber nö, der kann tatsächlich ein bisschen mehr als nur Standardkost. Fand ich auch. Ich fand auch, das CGI-Blut ist halb so wild. Das hat mich jetzt wirklich nicht so sehr gestört. Jetzt bin ich raus. Was wollte ich sagen? Location. Ach ja, dankeschön. Gut und für gut gefilmt. Siehst du, ich war gerade ein bisschen wirr. Die Location war gut und es war besser gedreht. Ja, definitiv. So, jetzt habe ich mich wieder zusammen. Der sah sehr, sehr schön aus. Dafür, dass er, weiß einer, wie viel er gekostet hat? Ich weiß es gar nicht, aber der wird auch nicht teuer gewesen sein. Und das Gesamtpaket hat wieder irgendwie gestimmt. So, da stört es. Ja? Ja, Budget habe ich nichts gefunden. Aber vier Wochen haben sie gebraucht. Ja, okay. Für einen One-Shot-Film vier Wochen? Okay, ne? Also oder einen vermeintlichen, aber trotzdem. Das ist wild. Es sind ja trotzdem sehr, sehr, sehr lange Szenen dabei. Ja, also da. Und wenn da irgendwas nicht klappt, dann alles explodiert. Da hat man echt was weg davor, gell? Ja, das ist echt so. Wenn irgendwas explodiert und irgendwie jegliche Effekte sind abgefeuert, dann musst du ja alles nochmal von vorne präparieren. Das muss richtig scheiße sein. Ja, also ich mache ja auch oft genug Videos. Also nicht nur bei mir auf dem YouTube-Channel, sondern auch auf der Arbeit für verschiedene Schulungen oder sonst irgendwie was. Und wenn ich daran denke, wie viele Takes wir für so kleine Szenen nur brauchen, ne? Ein, zwei Minuten Videos. Und dann schaust du dir an, wie viele, ja, wie lange die One-Shot-Szenen hier gehen, denkst du dir, alter Schwede, das ist echt hart, das alles so zu timen und so zu inszenieren, dass du das mit einem Schlag hintereinander so darstellen kannst. Also die Machart, Hut ab. Ja, fand ich auch. Das Einzige, was mich am Anfang so ein bisschen gestört hat, war, dass halt nur geballert worden ist. Also wenn ich Scott Adkins habe, dann hätte ich gerne 80% Martial Arts und 20% Ballern oder am besten nur Martial Arts. Aber klar, es heißt One-More-Shot. Ich meine, du wirst am Ende dann auch schon durch seine One-Man-Show schon dafür entschädigt, dass am Anfang relativ viel geschossen wird. Oder wie war das bei euch? Habt ihr da irgendwie gedacht, naja, gut, mir ist egal, hauptsache es kracht? Nee, ich hab, na klar, ich warte natürlich bei Adkins immer drauf, okay, wann ist die Waffe egal und wann gibt's Handkantenschläge. Aber ich wusste ja, dass es kommt. So und deswegen war es okay. Weil ich sehe, gut inszenierte Schießereien sind immer schön. Aber ja, ich weiß, was du meinst, dass wenn man ein Adkins draufstehen hat, möchte man auch Adkins sehen in Richtung Martial Arts. Das stimmt schon. Da war viel Schießerei, hat mich aber nicht doll gestört. Nö, das Einzige, was man halt eben ein bisschen ansprechen muss oder ein bisschen warnen muss, ist, dass durch diesen One-Shot-Stil eben die Kamera sehr wackelig gehalten ist. Also, es geht schon ein bisschen mehr in Richtung Found-Footage-Bereich. Rein vom Wackelfaktor her, muss ich sagen, hat mich nicht sonderlich gestört. Im Gegenteil, ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen greifbarer. Und ich will nicht sagen authentischer, aber zumindest ein bisschen fetzt die Action ein bisschen mehr mit dieser Kameraführung. Kann manchen aber auch zu wackelig werden. Ja, es ist tatsächlich so, dadurch, dass der wirklich etwas länger geht als der Vorgänger, war er manchmal, so gegen Ende hin, war es schon anstrengend, muss ich zugeben. Aber trotz der Steady-Wackel-Camp siehst du noch alles. Also, du siehst bei den Kämpfen, da ist es nicht zu nah dran. Das ist schon noch okay. Aber es war für mich auch am Ende, wo ich gedacht habe, jetzt könnte der mal so langsam zum Finale kommen. Und was ich mir vielleicht auch noch ein bisschen gewünscht hätte, wäre vielleicht ein bisschen Location-Abwechslung. Das war mir dann irgendwann, oh ja, gut, wir bleiben im Flughafen. Aber das war mir dann irgendwann auch zu trist, wo ich gedacht habe, oh komm, da hättet ihr vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Aber trotzdem ist es natürlich eine gute Fortsetzung. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es empfehlen. Vielleicht kommt das ja mit dem nächsten Teil. Wenn das Ding jetzt auch so performt wie der erste, weil anscheinend ging es ja auch ein zweiter Teil, vielleicht haben wir da dann ja nochmal ein bisschen mehr Abwechslung. Weil es ist natürlich von dem Stützpunkt aus dem ersten Teil ist natürlich auch alles irgendwelche Betongebäude, meistens von innen. Jetzt haben wir auch im Endeffekt vom Visuellen nicht viel Abwechslung. So, da ist steriles Licht. Da sind alles auch irgendwelche, ja, irgendwelche viereckigen Gebäude, die alle gleich aussehen. Und vielleicht hat der dritte Teil, wie auch immer er dann heißen wird, bei One Shot und One More Shot, vielleicht ist da ein bisschen mehr drin. One Last Shot. One Last Shot. Das heißt aber wieder, das ist ja dann wie bei Freitag der 13. mit Final Part und dann limitieren sie sich. Ja, was ich halt auch schade fand, ist der Showdown. Also Michael J. White hat wirklich nur drei Minuten Auftritt, so zwischendrin mal kurz und dann verschwindet er und du fragst dich die ganze Zeit, okay, kommt der jetzt nochmal, kommt der jetzt gar nicht mehr. Dafür hast du halt einen Tom Barringer, der da ein bisschen rumspringt. Aber ja, das war auch so schauspielerisch, war das okay. Ja, aber bestenfalls, okay, muss ich wirklich zugeben, da gibt es ein paar Schauspieler im Film, wo ich dachte, also entweder hat die Person gerade nicht so Lust auf die Arbeit oder sie kann es einfach nicht sehr viel besser und dadurch gehen dann manche Szenen auch ein bisschen unter, weil das dann nicht so wirkt, wie es in dem Dialog rüberkommen sollte und dadurch verliert auch der Twist ein bisschen an Wert. Ja, aber dadurch, dass es wirklich die ganze Zeit kracht und knallt und habe ich das überhaupt nicht groß wahrgenommen. Ich habe mich immer nur auf die nächste Schießerei gefreut und dachte, hoffentlich gibt es jetzt auch mal ein paar Keks. Aber ja, man wird entlohnt. Und ja, natürlich, die Weichen sind gestellt für den dritten Teil. Das ist ja auch kein groß offenes Geheimnis, was er ja auch schon gesagt hat, dass er auf jeden Fall gerne nochmal einen machen würde. Ich würde ihn mir angucken. Ich würde mich darauf freuen mit ein paar kleinen Änderungen. Wie gesagt, andere Location, vielleicht ein bisschen mehr Martial Arts drin. Aber ansonsten ist es ordentliche DTV-Unterhaltung. Absolut. Also Action gut, Kameraführung ist beeindruckend. Scott Adkins macht Spaß. Empfehlung von mir. Ja, und wenn es eine Empfehlung von Werner ist, dann gibt es auch nichts zu diskutieren, würde ich sagen. Genau. Richtig. Gut. Habt ihr noch was oder soll man dann zum nächsten springen? Next Shot. Nö. Auf geht's. Auf geht's. Okay. So. Und zwar der nächste Kracher des Tages ist Wanted Man. Der geht 86 Minuten, hat ein FSK 16. Regie Dolph Lundgren. Darsteller Dolph Lundgren. Michael Paré. Kelsey Grammer erscheint am 17.01.24. So. Inhalt. Joe Johansson hat für Mexikaner nicht wirklich viel übrig. Doch ausgerechnet sein letzter Auftrag bei der Polizei führt ihn nach Mexiko. Er soll zwei Zeuginnen überführen. Doch natürlich machen ihm korrupte Cops und Kartelle einen Strich durch die Rechnung. Wie steht ihr zu Dolph Lundgren? Da muss ich erstmal kurz was anmerken. Du hast was Wichtiges vergessen. Du hast gesagt Regie Dolph Lundgren, Besetzung Dolph Lundgren und jetzt kommt Drehbuch Dolph Lundgren. Also... Oha. Ja, aber da hat er im Drehbuch hat er ja unter... Also sie waren ja zu dritt. Die haben zu dritt mit... Genau. Aber alleine, dass er da mitgewirkt hat, hat mich schon skeptisch werden lassen. Weil, um deine Frage zu beantworten, wie ich zu ihm stehe, er ist ein charismatischer Schauspieler, der hier und da mal seine Momente durchaus hat. Aber gerade die letzten Jahre war er eher ein Garant für unterdurchschnittliche bis bestenfalls mittelmäßige Filme. Also, ja, sein Wert ist bei mir über die Jahre sehr gesunken. Ja, also ich bin jetzt auch nicht so der Lundgren-Superfan. Ja, Expendables, da hat er mir noch Spaß gemacht. Also ich rede nicht von Teil 4, weil den habe ich... Weigere ich mich immer noch zu gucken. Der hat niemand Spaß gemacht. Ja, das hörte ich schon. Und ansonsten, ja, also Universal Soldier Day of Reckoning, der war ja tatsächlich überraschend okay, so. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Wann kam der raus? 2012. Ja, ansonsten bin ich nicht so der Lundgren-Ultra, tatsächlich. Ja, muss ich auch sagen, er war ja auch sowieso immer so eher so die zweite, die zweite Reihe. Auch so damals in den Hochzeiten, in den 90ern. Klar hat er natürlich so Dark Angel, Shodan Little Tokyo. Was haben wir noch? Universal Soldier, Barrett. Das sind ja so Sachen, die dann eher... Also außer Universal Soldier, die dann jetzt auch... Obwohl, ich glaube, Shodan Little Tokyo, weiß gar nicht, ob der doch in den Staaten ist, der bestimmt in den Kino gelaufen ist. Ja, er hatte halt nie so den immensen Erfolg wie jetzt Schwarzenegger und Stallone. Ich mag ihn trotzdem. Der hat auch mit Mechanic eine sehr gute Regiearbeit abgeliefert. Hat er auch das Drehbuch geschrieben, hat er auch mitproduziert. Das Ding ist ordentlich, das Ding ist verdammt brutal und macht auch Spaß. Aber ja, leider die Zeit nagt an ihm und das sieht man halt auch. Habt ihr euch den Trailer angeguckt? Nein, ich hab mir den Film so angeschaut. Ja, doch. Ich hab ihn mir angeguckt, ja. Ja, ich hab mir nämlich auch den Trailer nicht angeguckt. Ich hab gedacht, naja, komm, guckst du mal, lässt du dich mal überraschen. Ja, ich hatte auch gehofft, halt durch Expendables, dass der vielleicht da auch noch ein bisschen Aufwind bekommt und vielleicht auch immer ein bisschen mehr Kohle. Weil ich finde, wenn sie zu zweit sind, wenn er auch so Buddy Cop oder so spielt und noch jemanden hat, der den Film mitträgt, könnte das tatsächlich... Ach ja, hier, Skintrade ist noch nicht schlecht mit Dolph Lundgren. Der macht auch noch Spaß. Aber ja, nach dem Inhalt dachte ich, okay, wir haben den alternden Kopf, wir haben die Klischees. Ja, könnte aber trotzdem durchaus spaßig werden, weil den ersten Shootout mit den DEA-Agenten, den fand ich ganz anständig und auch ganz gut gedreht. Wie hat euch der Anfang gefallen? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also so das Opening, der Anfang, da war ich leicht positiv überrascht und wurde minimal optimistisch. Aber das ging dann auch ganz schnell wieder nach unten. Ja, bei mir auch. Kann ich mich nur anschließen. Das war noch so, dass man dachte, okay, vielleicht wird das was. Und dann passiert halt auch irgendwie nicht viel. Das ist so das, was mich am meisten gewundert hat. Und da ist wahrscheinlich auch einfach sein Alter geschuldet. Und wenn was passiert, sieht man halt auch ihm das Alter an. Das ist irgendwie sehr behäbig. Er wirkt halt eben wie Bruce Willis in seinen letzten Actionfilmen, ne? Ja, wobei ich finde, bei Lundgren ist es seit ein paar Jahren, wenn der sich bewegt, der ist richtig steif. Obwohl er, glaube ich, doch schon recht fit ist. Aber ich denke, bei der Größe 1,96, viel Action, viel dies, viel das, sind vielleicht auch irgendwann die Gelenke einfach so überlastet und am Knarzen und Kniezen. Weil das siehst du auch, wenn er rennt. Also der rennt ja wie Dirk Nowitzki. Bei dem siehst du es auch. Der läuft so komisch, da weißt du schon, okay, gut, deine Knie sind wahrscheinlich schon ziemlich im Arsch. Und bei Lundgren ist es hier, finde ich, auch, war auch schon in Expendables. Vier, auch so. Aber da lag er ja meistens. Ja, gucken, dass du ihn gesehen hast und sagen kannst, okay, ich habe ihn gesehen. Ja, so fand ich den Anfang, wie gesagt, ganz okay. Dachte, naja, gut, okay, wenn er im Auto sitzt, vielleicht ist es dann halt wirklich so eine Konvoi-Sache. Er holt dann die Mädels ab, die den Mord beobachtet haben und dann kann er meinetwegen die ganze Zeit im Auto hocken und rausschießen. Aber auch das wurde mir nicht gegönnt oder uns besser gesagt. Ja, wie fandet ihr die Action, wenn sie mal stattfindet? Ja, wie schon gesagt, das war... Ein Stück spannender gemacht worden wäre. Du hast den richtigen Begriff gerade erwähnt, nämlich Alter. Ich habe mir hier als Notiz gemacht, Rentner B-Movie. Das ist so in Erinnerung geblieben, weil da halt eben gerade am Ende, wie du sagst, viele alte Leute, bisschen Action und das war genauso langweilig und öde, wie es sich auf dem Papier anhört. Ja, das ist tatsächlich sowas wie eine Rentner-Kaffeefahrt. Da haben sie wirklich alles noch zusammengekriegt. Das einzig Positive fand ich, dass er nicht so wie sein alternder dicker Kollege da noch die Tussi aufgerissen hat. Achso. Oh ja, stimmt. Weil bei Seagal sitzen dann immer die 20-Jährigen auf dem Schoß, wo du dann denkst, um Gottes Willen, das ist jetzt schon ziemlich... Das Seagal-Trauma sitzt tief gerade, ich merke das. Das ist schon cringe, was du da betreibst, mein Freund. Gerade die Szenen fand ich so lame. Wenn da irgendwie mal die Damenwelt ins Spiel kommt und die humane Seite und es nicht um die Action geht, dachte ich mir, oh Gott, das wirkt einfach so unnatürlich. Wer würde in solchen Situationen so handeln? Und das hat mich total rausgerissen. Ja, auch so diese... Also als erstes habe ich über den Namen lachen müssen, als sie gesagt haben, der heißt Joe Johansson, dachte ich, oh Gottes Willen, da hast du dir aber echt wieder ziemlich viel Mühe gegeben bei der Namensfindung. Absolut. Und dieser Aspekt von dem Rassisten-Cop, also wenn Telenovela und Essen und die essen die ganze Zeit in dem Film, ja, das ist ja wirklich wie eine dimensionale, überlange mexikanische Ausgabe von Das perfekte Dinner. Also die hocken ja nur da und essen. Irgendwann dachte ich, okay, jetzt habe ich auch Hunger. Ja. Und ja, Telenovela und mexikanisches Essen helfen dann Vorurteile aufzuheben. Das war halt auch wieder, da dachte ich mir, das hätte da weglassen sollen. Also entweder oder. Das Problem haben wir nachher auch nochmal, finde ich. Aber hier ist es wirklich... Also am Anfang haben wir ein Shootout, dann haben wir ein Shootout gegen Ende und die letzten 20 Minuten reißen auch nichts wirklich raus. Also das Ding ist einfach langweilig. Es ist ganz okay gedreht. Da habe ich auch schon weitaus Schlimmeres und Billigeres gesehen. Aber auch so die Story und was dann rauskommt, das kannst du dir alles denken. Und es ist halt auch wirklich langweilig. Deswegen würde ich sagen, Buvel, entweder vielleicht noch ein Expendables 5 in der Nebenrolle okay, aber als Main-Character würde ich sein lassen jetzt. Ja, definitiv. Das ist... Ja, er hat ausgedient als das, was er war, sage ich mal so. Also dafür, dass er nie die Riesengröße war, aber halt auch doch angesehen, vor allem im B-Action-Bereich, ist jetzt einfach vorbei. Und dadurch hat sich... Und der Film hat sich... Dafür, dass er auch gar nicht so lang ist... Wie lang geht der? 100? 86 Minuten. 86 Minuten. 86 nur, ja. Fühlt sich viel zu lang an. Ja, total. An uns reißt natürlich auch nicht Michael Paré und Kelsey Grammar reißen uns natürlich auch nicht raus. Also das ist noch was. Ich fand es schön, beide mal wieder zu sehen, aber dann hat es mich doch irgendwo traurig gemacht. Ich meine, Paré war jetzt auch nicht on top, aber Grammar ist ja schon ein Name gewesen. Oder ist es noch? Aber da dachte ich auch, oh, Kerl. Ja, bitter. Stimmt. Bitter. Ich habe... Wollte noch was sagen oder soll man zum nächsten? Ich hätte noch ein paar Alternativen. Ja, ich würde auch... Also one more shot, ja. Den hier, nein. Den würde ich auch nicht, höchstens als Komplettist für Landgrin. Ansonsten kann man sich den sparen. Ja, den muss man bei weitem nicht gesehen haben. Gut, dann schaut euch, falls euch Landgrin interessiert, die alten Sachen so an. 90er bis 2000. Da sind schon ein paar richtig gute Sachen dabei, aber davon würde ich auch wirklich... Außer ihr steht auf Langeweile und sagt, ich brauche was, wo ich Hunger kriege, dann guckt euch das an und macht euch was Gutes Mexikanisches. Oh, 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 ja. Jetzt kommen wir zu einem wirklichen Highlight. Und zwar zu 578 Magnum. Der gute Film geht. 106 Minuten hatten FSK ab 16. Die Regie führte Luong Ding Dong. Und als Darsteller hätten wir unter anderem Alexandre Nien, der auch einige Filme schon gemacht hat. Im Gegensatz zu dem Regisseur, der noch nicht so viel gedreht hat. VÖ ist der 29.2.24. Und es ist ein vietnamesischer Martial-Arts-Kracher, den uns der liebe Werner etwas näher bringt. Also erstmal Hut ab, wie du das gerade rübergebracht hast mit dem 578 Magnum. Also hast du gut rübergebracht. Ich musste leicht lachen. Aber ja, worum geht es? Es geht um einen Lastwagenfahrer Hung. Weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und der ist sehr viel unterwegs, hat seine Tochter immer mit dabei, weil er alleinerziehend ist. Und dann wird sie irgendwann mal groß genug für die Schule, wird eingeschult. Er lässt sie quasi dort zurück auf dem Internat. Und während er seinen Job weiter ausübt, bekommt er dann irgendwann mit, dass sich seine Tochter verändert hat. Und erfährt eben, dass sie eben misshandelt wurde, entführt wurde und deswegen depressiv wurde. Also macht er sich auf den Weg, da die bösen Jungs zu fassen und deckt dann eine Verschwörung auf. Dankeschön. Okay, also hier habe ich den Trailer tatsächlich gesehen, weil mich Martial-Arts gerade so aus diesem Eck seltenst. Also naja, es gab schon ein paar Mal Enttäuschungen, aber ich wurde eher seltener enttäuscht, weil die Martial-Arts meistens gut gemacht ist. Habt ihr euch den Trailer reingezogen? Ja, okay. Dann, Werner vertraut uns voll und ganz. Aber wirklich, das ist ein schöner Fehler. Jugendlicher Leichtsinn mit meinen 35. Okay, Till, dann, du hast den Trailer gesehen und was hattest du für Erwartungen? Ich hatte die Erwartung, dass wir einen schönen asiatischen, diesmal wie gesagt Vietnam-stämmigen Action-Film sehen, Martial-Arts-Film sehen. Und ich hoffe bei solchen Filmen ja immer, das Einzige, was ich hoffe, ist, dass wir schöne choreografierte Action sehen. Wenn der Gewaltgrad passt oder vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, ist das ein tolles Schmankerl. Aber das ist das Einzige, was ich gewollt habe. Man, ich wollte wirklich nicht mehr. Ja, genau so ging es mir auch den Trailer angesehen und dachte, okay, das sieht gut aus. Yo, Story ist egal. Hauptsache ordentlich aufs Fressbrett und auch mit Darstellern, die was können. Und dann habe ich mir dieses Ding hier angesehen. Und eine andere Frage, kennt ihr irgendwelche Action noch aus Vietnam? So auf die Schnelle nicht. Also auf Netflix gibt es Fury 1 und 2. Den ersten fand ich ganz gut. Die sind aber nicht synchronisiert, sondern nur mit Untertiteln. Und die waren gut. Die waren hart. Die waren ordentlich. Die haben Spaß gemacht. Der erste mehr als der zweite. Der zweite fand ich das nicht ganz so gut, aber trotzdem war das immer noch sehr gute Action. Und ja, ich hatte mich tatsächlich drauf gefreut. Ach, fangen wir doch erst mal mit der Schauspielkunst und mit dem Overacting an. Ja, vorhanden. Schieß los. Es gibt, sagen wir so, es gibt Schauspieler und die Overacting. Punkt. Ja, das ist ja auch wieder so ein Ding. Ihr müsst ja nicht unbedingt gut schauspielern. Ihr müsst ja nicht. Und das Overacting ist auch nichts Ungewöhnliches im asiatischen Raum. Aber das war hier alles so, ich habe sogar fast das Gefühl, die wollten ganz bewusst overacting. Also weißt du, die haben geschauspielert, dass sie overacting. Also ich weiß auch nicht. Das war so komisch. Ja, komisch ist gut. Also ich bin da. Ja, genau. Ich kann das gar nicht richtig zusammenfassen. Ich bin da absolut gar nicht mit warm gewonnen. Das hat mich nicht abgeholt und den Film hat es auch nicht irgendwie gut getan. Also man kann ja overacting so, dass es lustig ist, dass es Spaß macht. Nicolas Cage ist da ein Meister drin. Aber hier war das nichts Ganzes, nichts Halbes, nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war einfach nur da gefühlt. Ja, der Film hat mich auch etwas, ich muss sagen, überfordert. Der ist mega zusammenhanglos. Ja, oder? Ey, das hat mich so verwirrt. Ich dachte noch, weil er am Anfang ist, ist ja auch, also da gibt es auch so, ich habe zwischendrin so gelacht, weil es da so geil Panne-Momente gibt. Aber ich habe den Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich war, warum rennt der jetzt da rein? Ist die jetzt da schon drin? Und was ist jetzt das? Und was ist jetzt dies? Dann dachte ich, okay, so nach sieben Minuten gab es schon den ersten kleinen Schlagabtausch und der war auch okay. Da dachte ich, naja, okay, gut, alles klar, vergiss die Story, ergötze dich an der Martial-Arts-Kunst. Und dann dauert es 20 Minuten und dann haben wir den ersten Kampf und den fand ich das mit den Autos. Und da hat sich schon zu der ganzen Zusammenhanglosigkeit dann auch noch mehr Zweifel eingeschlichen, ob das tatsächlich dann wirklich ein Martial-Arts-Meisterwerk wird. Das stimmt, aber das ist dieses Zusammenhangslose. Ich dachte wirklich manchmal, also es gibt ja diese Momente, wenn man wirklich richtig müde ist und man sitzt auf dem Sofa und dann merkt man nicht, dass man so einen Sekundenschlaf hatte. Und dann verpasst man irgendwie zehn Sekunden oder ein paar Minuten manchmal, wenn es länger ist und hat wichtige Sachen verpasst, weil der Film plötzlich keinen Sinn mehr ergibt. Und das dachte ich, wäre mir auch passiert, aber es ist nicht passiert. So hat sich das angefühlt. Irgendwie als würde der Film dich auf eine Art hypnotisieren, dass du einfach vergisst, was du gerade gesehen hast, obwohl das nicht da war. Das ist, also das habe ich selten gesehen, sowas, dass irgendwas gar nicht zusammenpasst. Es wird halt so zusammengewürfelt, also als hätten sie es irgendwie durcheinander gedreht, durcheinander in den Film reingeschmissen und wird schon irgendwie passen. Ja, ich habe am Anfang auch gedacht, gut, ich habe irgendwas verpasst und das wird zwar gegen Ende hin ein bisschen besser, aber auch dann im Finale, ich habe gedacht, okay, springen die jetzt in der Zeit nach vorne und nach hinten und was ist denn das jetzt? Es gibt dann auch, also die Kämpfe werden so ein bisschen besser und wenn wir dann bei den Containern sind, dachte ich mir, naja, okay, gut, es ist halt schon blöd, wenn die Truckerin krasser drauf ist als der Held selbst. Ja, wollte ich gerade, ja, habe ich mir gerade abgespeichert, dass ich das gleich nochmal erwähne, aber ja, du sagst es schon, ja, das war wirklich so, das war auch das. Am Anfang, man wusste ja im Endeffekt so, wie sie inszeniert ist, weil sie da wartet und auf einen Mann, der ihr bitte den Truck repariert, weil sie ist Truckfahrerin, aber sie als Frau kann das nicht. Grüße an den Regisseur, vielleicht nochmal dran arbeiten und das war ja klar und dann ist das diese Szene im Regen und ihr Regenschirm und dann denkt man schon, alles klar, jetzt kommt die Truckerin wieder und dann rasiert die da durch, also man sieht, dass sie was kann, das auf jeden Fall, aber dann der Hauptdarsteller war dann so, egal. Dann dachte ich mir, alles klar, wechselt doch jetzt die Rollen und jetzt geht es nur noch um die Frau, aber hätte der Erzählstruktur des Films auch nicht geschadet. Wollte ich gerade sagen, wäre er vollkommen egal gewesen. Ja, richtig. Aber eins wird mir in Erinnerung bleiben in diesem Film, aber leider aus negativen Gründen und zwar hat es mich sehr genervt, wie oft man hier einfach nur ein LKW von oben hat fahren sehen. Ich meine, ja, er ist LKW-Fahrer, aber ich musste es nicht gefühlt alle fünf Minuten zeigen, so eine Drohnenaufnahme vom LKW, wie er um die Kurven fährt, das hat mich irgendwann so genervt. Naja, man muss auch sagen, es gibt ja auch Videospiele, wo man Truckfahrer ist, vielleicht ist das so für diese Riege eher gedacht. Ja, der Lasswagen-Simulator. Lasswagen, genau, LKW-Simulator 50. Ja, stimmt. Es waren halt auch so, also er schwimmt irgendwann, also die Location-Wechsel findet statt, wir haben jetzt nicht nur die ganze Zeit Trucks und der Kampf auf dem See, der irgendwie nur bis zu den Knien geht, den fand ich gar nicht so arg schlecht. Bloß habe ich mich gefragt, wie er das macht, wenn er unter Wasser schwimmt und gleichzeitig Teller wirft, um die anderen zu entwaffnen. Und wo hat der verdammten Teller her und warum wirft der Teller und nicht irgendwas anderes und schwimmt dann wieder und also das ist wirklich so, ich kann es gar nicht beschreiben. Unsere Besprechung hier, die macht so viel mehr Spaß als der Film. Wirklich, ja, das sind so Dinge, in Actionfilmen ist es ja oft so, das Wie ist oft egal, aber in dem Film nicht. Da war das durch diese unfassbar dumme, die dummen Entscheidungen und das Drehbuch und dann auch noch der Schnitt, der halt da auch wirklich so, so ein Szenenwechsel, die so wild waren, dass man sich wirklich dachte, nee, das möchte ich jetzt nicht. Da denke ich jetzt zu sehr drüber nach, weil der Film mir nichts anderes bietet. Also ich hatte, wie gesagt, so zwischendrin zwar noch meinen Spaß, auch wenn diese Motorradgangs da kommen und sein Truck mit Farbbeutel bewerfen. Okay, dass er vielleicht nichts sieht, aber da hätte man auch einfach Farbe draufkippen können. Oder die haben auch so ultra aggressive, riesen Plastik-Killer-Schraubenschlüssel. Mit Zacken. Mit Zacken, genau. Damit du dich ja auch, falls du es wirklich brauchst, um irgendwelche, keine Ahnung, Schiffsschrauben anzuziehen, damit du ja auch ordentlich weh machst. Aber da habe ich noch gedacht, okay, gut, das kann ich unter Blödsinn abspeichern, in Ordnung. Aber ich musste halt auch zwischendrin so lachen und wenn sie sich dann gegenseitig die Dinger auf die Nase hauen, dachte ich mir auch, oh mein Gott, ja, da hättet ihr euch ein bisschen was anderes überlegen können. Das war wirklich so drüber, das war wie aus so einem richtig schlechten C-Film. Also das hat auch überhaupt nicht reingepasst von der Stilistik her, dass dann plötzlich irgendwie Farbbeutel und super krasse Motorradgang-Frauen mit ultra krassen Gesichtsausdrücken und super krassen Frisuren und heftig geschminkt. Das war so völlig aus dem Kontext gerissen. Ja, das ist so wie wenn du halt so diese 70er Jahre Kung-Fu-Filme nimmst und dann teilweise halt in die Neuzeit mit reinschneidest. Also so einen Stilwechsel hast du dazwischendrin, der dich auch wirklich komplett rausholt und die Hände vom, also ich habe wirklich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Klar habe ich gelacht, ich fand es witzig und dachte, ach Gott, ist das Panne? Aber irgendwie, es tat auch ein bisschen weh, muss ich zugeben. Ja, die haben halt einfach alles abgedreht und reingeschmissen, was einem so mal in den Kopf gekommen ist. Ich habe hier mal das gesehen, ich habe da mal dies gesehen. Ich möchte von allem ein bisschen was drehen und rein damit. Ja, und dann hoffen, dass es doch vielleicht irgendwelche Leute gibt, die sich das angucken. So wie wir. Ja, richtig. So wie wir. Aber wir machen das ja jetzt einfach nur, um vielleicht die Welt zu warnen. Richtig. So, das ist, also wir hatten jetzt One More Shot, das gibt es eigentlich nichts daran auszusetzen und man weiß, dass man was Gutes bekommt. Bei Wanted Man hat man schon so die Ahnung gehabt, ja okay, Landgren-Regie, Landgren-Hauptdarsteller in die Jahre gekommen, vielleicht kann man irgendwas Gutes noch draus ziehen. Und bei dem war es aber so, wie ich dachte, ey cool, da setze ich richtig was rein und da habe ich richtig Bock drauf. Also und deswegen ist die Fallhöhe von dem so extrem krass. Vor allen Dingen verstehe ich es nicht, dass man, ich meine, du weißt doch, was die Leute wollen mittlerweile. Die wollen tolle Kämpfe. Du brauchst doch, kannst dir doch so eine läppsche Kinder-Story aus den Rippen leiern und den dann schön mit Martial-Arts garnieren, weil da waren ja auch viele Leute dabei, die tatsächlich was konnten. Und dass man dann sowas heutzutage noch zustande bringt. Aber okay. Ja, beim Showdown ist es auch, also der war auch nix. Punkt. Punkt. Ja. Ja, es ist schade, es ist tatsächlich schade. Habt ihr noch was oder soll man zu den Alternativen kommen? Ja, das Ding ist, man könnte noch weiter reden, aber das bringt halt nichts, weil wir würden, klar würden wir vielleicht hier und da nochmal lachen. Ja, Alternativen. Hast du direkt welche rausgesucht oder? Ja, 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 ja. Also den Triple Threat zum Beispiel, den du nicht so magst anscheinend oder nicht so gut findest, mag ich zum Beispiel sehr? Ja, das Problem ist, was mich da stört, ist halt einfach die Schnittästhetik. Einfach bei diesen Action-Granaten, die da in den Hauptrollen sind. Das ist das, was mich am meisten stört, tatsächlich. Fand ich gar nicht so schlimm. Okay, das ist ja gut. Also tatsächlich, also ich mag den, ich hab den auch schon ein paar Mal gesehen, wo ich mir denke, eh geil, da hätte ich auch gerne einen zweiten. Weil da sind die Leute drin, die vielleicht auch hätten, mal bei X-Men, da willst du viel dabei sein sollen. Okay, gut, brauchen wir es nicht. Weiter aus. Natürlich, klar, Raid 1 und 2, Ong Bak, Revenge of the Warrior, damit macht man auf keinen Fall was falsch. Werner, fällt dir noch was ein? Also ich wollte eigentlich auch The Raid 1 und 2 nennen, aber ansonsten, ja, würde ich da auch nicht weiter drauf eingehen. Ja, wobei The Raid 1 und 2 ist halt, du darfst halt keinen Film, also keinen Action-Film, vor allem nicht aus Asien, welches Land da auch immer. Aber du darfst halt nicht The Raid 1 und 2 nehmen als Referent. Nein, das wäre gemein. Das nicht, aber, ne, das ist halt, weil bis jetzt hat es noch keinen Film geschafft nach diesen beiden und es gibt trotzdem sehr, sehr viele gute, die gefolgt sind. Aber ja, wer den nicht kennt, ist das Pflichtprogramm, definitiv. Ja, 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 es stimmt, die als Referenz zu nehmen, ja, das ist halt wirklich, das ist, ja, das ist so, wie wenn du sagst, im Fantasy-Bereich hätte Ringe. Ja, genau. Da kommt auch nichts dran. Also zumindestens mal noch nicht. Okay, dann nehmen wir noch Headshot und Night Comes for Us. Nice, ja, genau. Headshot ist auch, ja, den fand ich auch ganz gut. Der ist auch ordentlich saft. Den habe ich seit Jahren hier in der Sammlung aber noch nicht geöffnet. Was? Musst du angucken. Also ich finde ihn gut. Der Wültisch-Werner hat zugeschlagen, aber, ja, nicht auch. Ja, ja, aber den gibt es ja auch, gibt es den nicht auch bei Netflix? Ich glaube, irgendwo gibt es den, ja. Ja, auf jeden Fall ist das eine Spio, eine Spio, Spio-Film, da sollte man auf jeden Fall auch drauf achten. Ja, und Night Comes for Us, der macht ja auch Spaß. Den müssen wir auch mal besprechen, das ist das. Ja, eigentlich schon. Ultra-Schlagplatte. Gut, ähm, ja, wenn wir nichts mehr haben, dann kommen wir zum Letzten. Yes. Und zwar zu Ultimatum. Die Bombe tickt. Erscheint am 29.02. Regie für Daniel Calparozo. Darsteller haben wir Luis Dossar, Iman Cuesta und Nourdi Batan. Hat eine FSK 16 und geht auch, 106 Minuten. Irgendwie bin ich, glaube ich, verschrieben die ganze Zeit. Aber, ne, der geht wirklich schon seit 6 Minuten. Und Till, klär uns auf, worum geht's? Wir folgen dem Taxifahrer Santi, der seine letzte Fahrt hat während seiner Schicht. Und der führt ihn zum Flughafen nach Madrid oder in Madrid. Und kaum angekommen, da geht's auch schon los und der Flughafen explodiert. Nicht komplett, aber Terroristen zünden eine Bombe. Und der Santi, der Taxifahrer, hilft einem jungen Mann, der verletzt sich irgendwie aus den Trümmern. Schleppt und möchte ihn ins Krankenhaus führen. Aber Hamza, so heißt das vermeintliche Opfer, ist einer der überlebenden Attentäter. Und durch diese Rettungsaktion, diese vermeintliche Rettungsaktion, wird unser Taxifahrer Santi früher oder später selbst zum Ziel von entsprechenden Terroristen, die man immer wieder sieht. Vielen Dank. So, habt ihr da einen Trailer geguckt? Yes. Natürlich wieder nein. Aber ich habe mich trotzdem am meisten auf diesen Film gefreut, weil der mir schon vorher immer wieder bei Amazon vorgeschlagen wurde zum Vorbestellen. Und ich fand das Cover ziemlich cool. Also, Ultimatum, die Bombe tickt, ist ein netter Titel. Dann hast du so dieses Blu-ray oder DVD-Cover mit den ganzen Bomben vorne dran. Und ja, mein Interesse war geweckt, auch ohne Trailer. Ging mir genauso. Ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, cool, das ist Speed, bloß zu Fuß. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich mir dieses gute Stück angeschaut und war etwas überrascht, gerade so über die erste Hälfte. Wie hat die euch gefallen? So ging es mir auch. Also, ich habe mir den Film angeschaut und bei der ersten Hälfte dachte ich, okay, ich habe jetzt zwar keinen Trailer gesehen, aber ich hatte ja trotzdem so eine ungefähre Vorstellung von dem Film. Und die erste Hälfte war jetzt nicht unbedingt das, was man erwartet hat. Da dachte ich dann auch, okay, wo will dieser Film hin? Was soll das noch werden? Also, ich dachte auch, das ist viel mehr um dieses, die Bombe ist an mir dran und ich muss durch die Stadt laufen. Dass daraus sich alles drumherum spinnt, so wie bei Nicht-Auflegen zum Beispiel. Da gehst du ans Telefon und kommst dann nicht mehr weg. Aber der ist richtig krass in zwei Hälften gesplittet. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Und trotzdem hat mir die erste Hälfte, auch wenn es nicht das ist, was ich erwartet habe, irgendwie ganz gut gefallen. Also zur Aufklärung, die erste Hälfte ist tatsächlich mehr, Drama, die sich mit den beiden im Taxi beschäftigt, weil der gute Hamza, also der Terrorist, der die Bombe nicht gezündet hat, die Bombe natürlich noch dabei hat und es zu einem kleinen, ja, kann man schon so ein bisschen psychoduell sagen, kommt. Ja, so ein bisschen, ne? Im Taxi. Du hast dann auch noch mehrere Gruppen, also es beschäftigt sich dann mit dieser Thematik, klar, die Polizei versucht rauszufinden, wer das war. Die wissen es auch relativ schnell und fangen dann an, die Terroristen im Fernsehen, also den Überlebenden auf jeden Fall, zur Jagd auszuschreiben. Du hast dann auch die Verwandtschaft des Terroristen oder, und dann hast du die Terroristen auch noch selbst, weil das ja eine Zelle ist. Und da dachte ich, okay, gut, aber das hat mit dem Cover jetzt eigentlich nicht viel zu tun und dachte, naja, dann schauen wir mal, ob mich das packt. Wie fandet ihr die Darstellung der Charaktere gerade so in der ersten Hälfte? Also ich fand die Charaktere an sich in Ordnung. Das war jetzt nichts Großartiges, aber etwas, wo du sagen kannst, okay, man weiß, wer sind die Personen und wieso sind sie an dem Ort. Aber dann so mit der Zeit war es mir ein zu künstliches Gefühlschaos, wo ich dann ein bisschen ausgestiegen bin. Ich irgendwie nicht. Ich war total involviert. Ich fand die beiden Hauptdarsteller, also die im Auto, die beiden, Hamza und Santi, irgendwie haben die mir ganz gut gefallen. Und vor allem der Santi, der Taxifahrer, irgendwie fand ich den so sympathisch. Und die haben ja am Anfang, direkt am Anfang merkt man, okay, da ist irgendwie eine Familientragödie geschehen. Und das trägt ja alles irgendwie ganz gut. Der sieht irgendwie so dauernd traurig aus und irgendwie hat der alte Mann mir emotional gut erwischt. Als ich mich dann drauf eingelassen habe, dachte ich auch, okay, gut, dann ist das halt so, du siehst halt die Auswirkungen, was jetzt mal mit der Bombe zu tun hat. Naja, okay, wir werden es sehen. Aber ich fand es okay. Ja, ich hatte eher dann das Problem tatsächlich mit der zweiten Hälfte. Also klar, Schauspieler, das ist auch gut gedreht, da steckt auch jede Menge Kohle drin. Das ist, also es ist jetzt kein Hollywood-Mega-Blockbuster, aber das sieht gut aus. Das kann man auch ruhig im Kino zeigen, um Gottes Willen. Nur als dann, ja, so diese, die Terroristen wurden ja jetzt nicht ganz so klischeehaft dargestellt. Sondern du hast ja auch schon ein bisschen Bezug zu Hamza, der dann auch sagt, okay, er wollte das dann nicht. Und ja, du hast ja schon so gemischte Gefühle bei diesem Charakter. Und die Eltern und die Schwester dachte ich mir auch, oh, das ist schon bitter, stelle das mal vor, du weißt das nicht. Dein Sohnemann treibt da sowas, wie jetzt halt die Auswirkungen dann halt auf die Familie und auf die Freunde sind. Doch in der zweiten Hälfte, als es dann wirklich dazu kommt, dass man Santi die Bombe umlegt, verpufft es alles. Dann hast du auf einmal die, dann ist der Terroristen-Chief noch klischeehafter. Also diese Klischees führen sie dann erst wieder richtig ein, die sie am Anfang eigentlich versucht haben aufzuheben. Und er wird dann so als, als ja, du wirst schon sehen und wenn du aufhörst zu laufen, dann fliegst du in die Luft. Und der Bomben-Part, der teilweise wirklich gut gedreht ist, fügt sich da auch nicht wirklich gut in das Vorherige zusammen, finde ich. Weiß denn, wie ging's euch? Du hast gerade genau das perfekt beschrieben, was ich gemeint habe, dass dann im späteren Verlauf das so ein bisschen absackt. Und das war das, was ich gemeint habe, dass man dann ein bisschen die charakterliche Seite abschwächt, weil man dann eben die Richtung wechselt. Und ich fand den Teil mit der Bombe in der zweiten Hälfte an sich gut genug gemacht. Ich fand's hier und da auch ein bisschen spannend, gerade wie sie dann versuchen, ein bisschen so die Kameras zu verarschen und Lösungen zu finden. Also mir hat der Teil gut gefallen, auch wenn der Übergang nicht stimmig war. Ja, ich fand's irgendwie, ich hab mich an allem weniger gestört, tatsächlich. Das klischeehafte hinten raus, ja, das wurde dann ein bisschen mehr, aber das mit der Bombe, also ich fand den Übergang, der war gar nicht, das war gar nicht so ein harter Cut. Also doch, es war ein harter Cut, aber ich fand, ich fand, dass das ganz gut ineinander übergeht, so wie sie's gemacht haben. Und dass der Familienaspekt dann irgendwie so ein bisschen runterfällt, das stimmt schon. So hinten raus wird's dann nochmal irgendwie aufgegriffen. Aber ich fand den ersten und den zweiten Part, beides auf seine Art, irgendwie sympathisch. Ich hab mitgefiebert, ich war irgendwie involviert. Es hat mir, ich war überrascht, also ich wusste, ich dachte nicht, dass das ein Film wird, der mir so gut gefällt. Zu meiner Verteidigung, ich hab jetzt vielleicht ein bisschen viel gejammert, vielleicht ein bisschen zu viel Negatives von mir gegeben, aber in Summe muss ich auch sagen, dass mir der Film gut gefallen hat. Also trotz meinem Gejammer hatte ich eine gute Zeit. Also gebe ich dir schon recht, da schließe ich mich dir an. Nein, also ich muss sagen, ich hatte mich halt auf was ganz anderes eingestellt und auf was ganz anderes gefreut. Und ich bekam halt auch was komplett anderes serviert. Ich konnte mich noch, ja, schon relativ gut einstellen, aber ich dachte auch irgendwie dann so, okay gut, als dann müsste er entweder eine Schiene fahren und mach den Film knackig, weil er wird dann doch irgendwann ein bisschen langweilig, fand ich, weil ich hab die ganze Zeit drauf gewandt, ja, man kriegt ja nicht die Bombe um und muss die ganze Zeit laufen. Das bekam ich zwar am Schluss, aber halt nicht so in dem Szenario, wie ich es mir tatsächlich gewünscht hätte. Außerdem waren da so ein paar Sachen drin, die, um an diese Bombe zu kommen, machen die einen immensen Aufwand, den man sich hätte einfach ganz locker sparen können. Also er muss laufen, damit die Bombe nicht explodiert. Warum läuft er nicht auf der Stelle? Ja, ja, ja. Gut, mein Leben ist vorbei. Ja, also, wie soll ich sagen, ich bin bei dem Film tatsächlich auch sehr, sehr gespalten. Ich finde ihn jetzt nicht katastrophal, aber sie hätten sich meiner Meinung nach entscheiden sollen, was sie machen. Entweder Action oder diesen Drama-Aspekt. Aber beides fügt sich bei mir nicht zu einem kompletten Bild zusammen. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich hätte mir mehr Thriller-Aspekte gewünscht, also gerade mit dem Bezug auf die Bombe. Ich denke, darauf hätte man sich mehr fokussieren sollen. Ja, das stimmt. Und ja, er geht mir einfach auch ein bisschen zu lang. Es fehlt so der Pepp zwischendrin. Er soll, es ist kein Actionfilm, klar, aber es wird halt auch irgendwie schon ein bisschen so verkauft. Also nach dem Trailer und nach dem Bild ist es eher Thriller statt Action, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Und mir sind tatsächlich außer Speed keine Alternativen eingefallen. Höchstens eben noch so diese Retribution, wo jetzt mit Liam Neeson gelaufen ist oder steigt nicht aus, wie die deutsche Version heißt, oder im Auto bist mit einer Bombe und nicht aussteigen darfst. Das ist jetzt nicht unbedingt so, wie wenn du die Bombe selber an dir trägst, aber immer noch etwas, wo du sagst, hey, Bombe, jetzt mach. Ein Remake von einem koreanischen Film? Genau, richtig. Da habe ich nämlich mal schon oft einen Trailer gesehen, aber ich habe mir den noch nie irgendwie angeguckt. Ich glaube, ich sollte das mal tun. Also die deutsche Version ist tatsächlich besser als die Hollywood-Version. Naja, Liam Neeson ist, ja, leider. Er ist auf dem Landgren-Weg, um, ja, mal beim Thema zu bleiben. Ja, ganz so schlimm finde ich es. Naja, noch nicht, aber es könnte auf jeden Fall drin sein. Deswegen Punkt, nicht Ziel. Das stimmt, das stimmt. Ja, ne. Ich wüsste auch keine Alternative irgendwie. Ich habe auch schon überlegt. Also hier auf Thriller stehen, finde ich, kann man sich es angucken. Leute, da war kein Actionfilm, es ist keiner. Falls man sich von dem Regisseur, von dem ich tatsächlich noch Stille des Todes gesehen habe, der läuft nämlich auf Netflix und ich auf der Suche nach einem coolen Serienkiller-Film war, ist das genau so ähnlich wie hier. Es gibt da auch mehrere Parts und da hätten sie sich auch eher auf eins konzentrieren sollen, weil der hat ein paar ganz schöne Bilder, aber er setzt hier seine komische Erzählstrukturweise leider fort. Silence, ist das Twin Murders? The Silence of the White City? Weil den gibt es nur bei, ausschließlich nur bei Netflix von ihm. Dann heißt der bestimmt wieder irgendwie anders auf. Ne, also Stille des Todes war das, was ich gesehen habe. Ich habe gerade mich mal nachgeguckt, ob ich den finde. Na, ist auch egal. Kann man sich angucken, ja? Der hat einen coolen Anfang. Okay. Aber dann wird es auch so, dann verliert er sich auch so ein bisschen. Also genau wie hier. Ich glaube, da wollten sie auch wieder zu viel und haben zu viel dran rumgemacht und haben es eher, meiner Meinung nach, halt auch verschenkt, so viel Potenzial. Weil der hat echt ein paar coole Nachtaufnahmen und der Anfang ist auch ein bisschen deftig. Okay. Noch was zu Ultimatum? Im Stream kann man sich den sehr gut anschauen. Also kaufen würde ich nicht unbedingt auf Blu-ray oder DVD, aber wenn der mal bei Prime enthalten ist oder Netflix, dann macht man mit dem nicht wirklich was falsch. Ja, das stimmt. Ich würde, ich weiß nicht, ob das eine 99-Cent-Empfehlung ist, aber von mir schenken, ne? 99 Cent ist okay. Ja, denke ich auch. Ich finde den im Schnitt gar nicht so übel für das, was wir uns, was wir sonst, was wir so besprechen. Mit One More Shot und jetzt dem hier sind das zwei Sachen, wo wir auf jeden Fall eine Empfehlung ausgesprochen haben. One More Shot natürlich deutlich mehr. Das ist ein guter Schnitt. Ja, ich hätte mir tatsächlich halt auch nochmal zum Abschluss halt nochmal einen Action-Kracher gewünscht, aber okay, man kann ja denn alles haben und du weißt halt auch nie, ne, bei den Trailern, die können dir sonst was vorgaukeln. Dafür sind wir ja da. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich tatsächlich jetzt zur Arzmod gehen und dann machen wir das Ding hier zu. Yes. Gut. Werner, oder hast du noch irgendwas? Ich wünsche allen eine gute Zeit und bedanke mich bei euch, dass ihr hier seid und den Zuhörern fürs Einschalten. Okay, ich muss noch was hinzufügen und zwar habe ich das letzte Mal gesagt, dass Werner ja seinen Probeknochen ans Bein gebunden kriegt. Tatsächlich hat Werner mehr Haupthaar, viel mehr als ich, also etwa zu 100%. Das heißt, sein Knochen kann ins Haar, er sieht aus wie der junge Lorenzo Lamas in Renegade, während ich aussehe wie Kojak. Deswegen muss ich mich hier natürlich entschuldigen und das berichtigen. Ich kriege es ans Bein, Werner kriegt es ins Haar, damit sind wir schon mal auf jeden Fall safe. Gut, dann würde ich sagen, folgt uns, kommentiert, uns gibt es überall, wo es Likes gibt, Social Media, www.tele-stammtisch.de, kommentiert fleißig, liked fleißig, schreibt auch vielleicht mal drunter, hey, guckt euch mal das und das an, da würde ich gerne mal eine Besprechung hören. Wir wollten eigentlich ein Special machen, das dauert noch ein bisschen, würde ich sagen, weil dieses Jahr auch noch eine Fortsetzung auf den Streamingdiensten erscheint, auf die ich mich zumindest mal freue und da machen wir dann ein ordentliches Special draus. Nächstes Mal gehen wir, glaube ich, wieder ein bisschen auf Horos. Ich sage jetzt mal endlich ciao, dann darf Till und dann darf vielleicht weiter nochmal seinen Senf dazugeben. Tschö, tschö. Dann vielen Dank für das Einschalten und viel Spaß mit auf jeden Fall One More Shot. Entschuldigung, ich habe es verkackt. Na toll. Ich mag keinen Senf, aber euch trotzdem eine gute Zeit. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Applaus